Hi Leute, diesmal geht es um PLC, das truanische Pferd der PLC Lobby, diese Links die werde ich in die Videobeschreibung packen, das kann jeder der sich dafür interessiert dann mal nachlesen, also hier steht, das Stromnetz ist verbreitbar an die Datenübertragungen weder vorgesehen noch geeignet, obwohl PLC, Powerline Communication Funkdienste stören und eine wertvolle natürliche Ressource die unbrauchbar machen kann, versuchen PLC Lobby und Europäische Kommission diese untaugliche und unnötige Technologie gegen gegen technische Vernunft und durch Umsetzung fundierter Normen, durch Umgehung fundierter Normen durchzusetzen. Ok, dann kommen wir zum zweiten, flächendeckender Einsatz von Powerline Modems ab 2012, ab 2012 sollte flächendeckender Einsatz von Powerline Modems bei Stromzähler erfolgen, erfolgen gut, das ist bis jetzt glaube ich noch nicht erfolgt, aber es ist krass, das werde ich trotzdem auch mal in die Videobeschreibung packen. Dann, auch von der Brief an die Europäische Kommission fördert illegitime Norm für untaugliche PLC Technologie, das ist auch sehr interessant zum Durchlesen und dann hier noch etwas, was einer der PLC Hersteller aussagt, HD PLC Chipsätze vermeiden die Übertragung in Amateur Radio Frequenz Bändern, denn sie implementieren den dynamischen kognitiven Mechanismus zur Aussparung bereits bedeckter Frequenzen und sichern somit den stellungsfreien Empfang der Radio Übertragung. Die dynamische Erkennung von zu schützenden Radio Frequenzen kombiniert mit hocheffizienten Frequenz Bandaussparungen bieten einen effektiven Schutz des Radio Empfangs und eine maximierte PLC Datenrate, die Sache hat nur einen Hacken, so wie ich gesehen habe funktioniert das nur bis zu 10 Radiosender, sobald also bis zu 10 Bereiche ausgespart sind, also 10 Radiosender, spart das Ding nichts mehr aus. Also 10 AM Sender und 10 DRM Sender kann so ein PLC Teil aussparen aber dann ist Schluss, weiter wird nicht geprüft, also da wird gedrext auf Treffel kommen raus. Ja und hier ist beschrieben auf dem letzten Link wie das funktionieren soll, das mit Frequenz ausnotchen, also wenn Radiosignale detektiert werden, dann setzt das PLC Teil einen Filter ein, so dass in diesem Bereich nicht gesendet wird, aber tatsächlich wird nicht nicht gesendet in dem Bereich, sondern in dem Bereich nämlich reduzierte Leistung gesendet und damit auch gestört. Die Störpiegel vom PLC sind echt extrem, also die 100m weit und das was ich jetzt so abgeschätzt habe können die durchaus auch mit 50mW in so einem Frequenzband vom Radiosender da pulsen. So, jetzt anschließend noch ein Bericht über PLC, wo Calvin, also Kalk 1 Kalk, auch wieder einen Brief eingereicht hat, ja ok. Und jetzt wird's technisch, liebe Freunde. Vergangenen Sonntag haben wir den letzten Funkbriefkasten vor der Sommerpause erneut gesendet, damit Sie einen leichteren Einstieg in die zuletzt besprochenen Themen haben können. Unter anderem hatte sich unser Hörer Georg Scharfheitle über Störungen im Kurzwellenfang beklagt, die durch stromnetzbezogenes Internet in seiner Wohngegend verursacht sind. Und er bat uns gleichzeitig um Rat, wie man die Störungen eindämmen oder verringern kann. Da ich mich mit dem Thema nicht auskenne, weil wir in Bukarest glücklicherweise umfassend mit Breitbandinternet über Glasfasern versorgt sind, habe ich die Frage an die Hörer weitergeleitet. Und siehe da, gleich nach der Sendung vom 31. Juli und damit schon in der Sommerpause, meldete sich unser technisch versierter Hörer und leidenschaftlicher Bastler Calvin Knott aus Theuerbronn in Mittelfranken per E-Mail mit folgenden Ratschlägen für Herrn Scharfheitle. Liebes RRI-Team, eigentlich wollte ich erst wieder von mir hören lassen, sobald ich testen konnte, ob ich das deutsche Programm der rumänischen Regionalsender empfangen kann. Warum ich mich nun aber eigentlich diesmal schon melde, hat den Grund, dass ich eine Hörerfrage aus dem letzten Funkbriefkasten vom 31. Juli gerne beantworten möchte. Georg Scharfheitle stellte die Frage, ob man PLC bzw. allgemeine Netzstörungen nicht mit gewissen Vorschaltgeräten ausblenden könnte. Ich gehe also davon aus, dass sie für den Kurzfällenempfang ein nicht batteriebetriebenes Gerät verwenden und sie daher vermuten, dass die Netzstörungen direkt über den Stromanschluss in ihren Empfänger einkoppeln. Solche Vorschaltegeräte gibt es und man findet sie zum Beispiel auf Ebay unter dem Namen Schuko-Netzfilter. Allerdings haben die meisten Empfänger, die relativ hochwertig sind, ein solches Filter bereits integriert. Daher ist es also gut möglich, dass ein solches Vorschaltegerät keine Besserung bringt. Die netzbezogenen Störungen koppeln nämlich auch direkt aus den Stromleitungen durch die fehlende Schirmung wie aus einer Sendeantenne aus. Daher werden Sie mit einem batteriebetriebenen Gerät wahrscheinlich genau dasselbe Problem haben. Ich kann an dieser Stelle also nur noch ein paar Tipps geben. Zunächst einmal sollten Sie ein batteriebetriebenes Gerät wie einen kleinen Weltempfänger verwenden, um die Störung zu lokalisieren. Beispielsweise mit eingefahrener Antenne die Straße entlang laufen und gucken, von welchem Haus aus die Störungen ausgehen. Das gleiche funktioniert zum Beispiel in einem Treppenhaus, um die Wohnung ausfindig zu machen. Auch an Stromzählern können Sie diesen Test machen, soweit Sie diese den Wohnungen zuordnen können. Mit der gleichen Methode können Sie auch in Ihrer eigenen Wohnung störende Netzteile oder ähnliches erkennen. Sollten Sie mit all dem keinen Erfolg haben oder der Verursacher sich weigern, sein TLC-System abzuschalten, können Sie nur noch mit dem Weltempfänger eine Stelle suchen, die nicht von den Störungen belastet ist und dort eine kleine Antenne spannen, welche mittels Koaxialkabel mit Ihrem Empfänger verbunden wird. Die Abschärmung des Kabels sollte dabei unbedingt und nach Möglichkeit sogar mit dem Empfänger zusammen, separat, also nicht an der Steckdose geerdet werden. Das hat einfach den Grund, dass die langen Erdungskabel oftmals überhaupt nicht gerade durch das Haus verlegt wurden und daher eine relativ hohe Induktivität aufweisen. Dadurch kann die Hochfrequenz aufgrund des induktiven Blindwiderstands also nicht mehr abgeleitet werden. Die separate Erdung sollte daher nach Möglichkeit gerade zur Erde hin verlegt werden. Eventuell kann auch ein Heizkörper oder ähnliches in manchen Fällen als separate Erdung fungieren. Ich hoffe, ich kann Ihnen oder anderen Hörern damit helfen und bedanke mich wie immer fürs Vorlesen und wünsche sowohl der Redaktion als auch den Hörern liebe Grüße. Lieber Calvin, vielen Dank für die ausführlichen Zahlen und für die Größe und ich hoffe, dass Herrn Schafheizer damit weitergeholfen wird. Zum selben Thema äußerte sich auch Heinrich Emmerl aus Kehlheim in Niederbayern. Er hörte allerdings die Wiederholung vom vergangenen Sonntag und ging auch auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte des Themas DLAN ein. Am 11.09.2016 beschwerte sich der Hörerkollege Georg Schafheitle über starke Störungen aus dem Netz und erwähnte dabei auch das Wort Internet. Ich gehe davon aus, dass er die massiven Breitbandstörungen meint, welche durch sogenannte Homeplug-Powerline-Adapter, oft auch PL10 oder DLAN genannt, verursacht werden. Diese Adapter verteilen Netzwerkdaten, am häufigsten das Internet, über die Stromleitungen in den Wohnungen. Dazu benutzen sie das Kurzwellenspektrum von etwa 2 bis 68 Megahertz und verursachen dadurch starke Radiostörungen, die mehrere hundert Meter weit reichen. Die Hersteller dieser Adapter haben sich maßgeschneidert hohe Störemissionen bei der Politik, speziell im Europäischen Parlament, genehmigen lassen. Leider läuft der Fall so, dass mit der kürzlich in Kraft getretenen EU-Norm EN 50561 die zulässigen Grenzen für Störemissionen nochmals drastisch erhöht wurden. Wer im Abstand von einigen hundert Metern zu Häusern wohnt, in denen solche Adapter betrieben werden, kann den Kurzwellenradioempfang getrost vergessen. Die Behörden werden in der Regel nicht tätig, denn die modernen Adapter werden gemäß der Norm betrieben und entsprechen den gesetzlichen Regelungen, welche die Lobbyisten den Gesetzgebern in die Hand diktiert haben. Ich habe selber drei Störmeldungen deswegen bei der Deutschen Bundesnetzagentur eingereicht. Alle wurden sie abgewiesen. Zuletzt wurde sogar eine Messung des Störpegels vorgenommen und man teilte mir mit, dass die Störstrahlung, die bei mir sogar den Empfang mittelstarker Kurzwellensender beinahe unmöglich macht, noch deutlich unter der alten EU-Norm EN 55022 liegt. Es ist praktisch unmöglich, etwas gegen diese Störungen zu unternehmen. Sie werden von den Stromleitungen der Häuser ins Freie abgestrahlt und gelangen über die Empfangsantennen in die Radius. Somit gibt es auch keine wirksamen Filter dagegen. Ich kann Herrn Schafheitle nur raten, den Störer auswendig zu machen und ihn in einem persönlichen Gespräch zu überzeugen, dass er sein Internet technisch anders in der Wohnung verteilt, zum Beispiel über WLAN. Das mag eventuell bei einem Störer noch gut gehen. Ich habe insgesamt sieben direkte Nachbarn, die solche Adapter in den Häusern einsetzen. Da stößt man auf eine Barriere. Die Leute sind sich sicher keiner Schuld bewusst, zumal die Hersteller der Adapter und auch die Behörden ihnen zusichern, dass sie nichts Illegales tun. Wenn man sich überlegt, dass derzeit einer der größten deutschen Hersteller dieser Adapter für mehrere Millionen eine neue Produktionsstätte plant, kann man damit rechnen, dass in besiedelten Gebieten der Störpegel durch diese Geräte stetig zunehmen wird. Diese Adapter sind ein Erfolgsmodell und die Politik und die Netzaufsichten haben den hohen Störpegeln auf Kurzwelle den Segen erteilt. Das ist leider nicht zu ändern. So das Fazit von Herrn Emmerl. Auch Ihnen vielen Dank für die ausführlichen Zeilen zum Thema, lieber Herr Emmerl. Und hoffen wir, dass sich Herr Schlafheitle nicht ganz entmutigen lässt. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.